Hallo zusammen, ich melde mich heute aus dem Osnabrücker Land von einem Erdbeeracker, um mir einmal die aktuelle Fruchtentwicklung anzuschauen. Wegen der kühlen und feuchten Witterungen der letzten Wochen ist die Abreife verzögert und die Fruchtausfärbung uneinheitlich. Um hier etwas Schwung reinzubringen, bietet sich eine Blattdüngung mit Basfolia Color an. Durch Kalium- und Carbonsäuren reichern sich rote Pigmente in den Früchten an. Die Abreife wird beschleunigt, die Färbung ist einheitlich. Als positiver Nebeneffekt sind die Zuckergehalte in den Früchten auch etwas höher. Die Wetterprognosen für die kommenden Tage sind gut, daher einfach mal Basfolia Color ausprobieren, viel Erfolg dabei und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.